Wunderschönen guten Tag zu dieser kleinen Short News und es geht nur um ein Thema und zwar hat Nintendo soeben angekündigt, dass von Mittwoch zu Donnerstag, also das heißt morgen Nacht um 0 Uhr eine Super Mario Maker Direct kommen wird. 15 Minuten lang wird über das Spiel gesprochen und alle bzw. ein haufenweise neue Features gezeigt. Ich werde es natürlich wieder live streamen. Wer Bock hat, kann gerne morgen hier auf YouTube zuschauen und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend und bis zur nächsten News und ciao!